bei den freunden seid ihr ganz recht herzlich begrüßt willkommen hier auf dem boten schiff wissen schiff glaube ich ist kein boot passers hatten wir schon untersucht er ist irgendwie aktuell nicht zu finden hier nur wenn wir jetzt mal ein paar worte kaputt geschossen das tut mir auch tierisch leid aber ich möchte noch ganz kurz mal nach den killern gucken ihr wisst das pinkeler 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 ja es lohnt sich doch immer das problem ist nur zwei dingern kommen wir nicht wirklich weit was das wissen dass sie für die schwein kram oder ist ja doch 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 so hier sind die ganzen anzüge so okay haben wir hier schon drin ist dass mir das nicht von passen okay ich gucke eigentlich nur noch schmerz mit den freundinnen ist ja so ein paar tabletten kann man gut gebrauchen gibt es hier noch irgendwelche müssen erstmal gefiel bagels pizza ich würde hier ganz andere dinge machen als irgendwie rumballern aber hin dass man hier ein bisschen munition aufsammeln munition aufsammeln munition aufsammeln munition aufsammeln so was ich habe gar nicht nach pinke lang geguckt so moment es war dann alles irgendwie auf uns wartet ne so okay wo kommen wir die radio maybe i could send out an s o s i send my s o s to the world ich habe gar nichts gemacht mix es war sicherlich nicht das erste mal dass ich mit einem hangover wartet lange nach einer party hat sich sehr süß geworden können wir uns irgendwie unten in der küche verstecken oder so habe ich das nicht alles schon durchsucht hier freunde ich weiß es nicht keine penkiller keine penkiller okay dann wurde er nicht kommen wir hier ins schlachthaus oder wo kommen wir hier rein kühlkammer wie eine kühlkammer ohne schmerzmittel das schrecklich okay die ist auf jeden fall zu da kommen wir nie rein dann müssen wir uns hier mal gucken ja okay gott die need to get out of the boats hall and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker i had to move carefully das nennst du carefully alter das ist aber das ist aber moment bullet time bullet time bullet time bullet time bullet time das ist oh oops fire was sucking oxygen from the room i didn't care if i got shot the second i got out of there i needed one more gulp of fresh air before i died was like the need for a wake up whisky after a two days bender how to shut off the fuel feed move max move max so und und jetzt und jetzt shut down one engine okay 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 so und wo ist der andere hier komm mix hin drehen 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 sonst geht's luft aus was, 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 was was, was, was he dreh ok was, 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 was dr griffig merer Прich pack zu es geht ein bisschen muni sammeln wenn ich schon mal muni sammeln weil du es bist christina körper action ein freund ja bis auch dramatisch schön gestorben das ist er dich nur wissen wir sind ein paar taucher latschen taucher latschen taucher latschen keine painkiller die 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 wer weiß was da noch kommt und darf ich nicht dafür sowieso nix hier so wie komme ich nicht wieder raus freunde ich muss ja irgendwie daraus hallo ach hier hier gibt es keine bankkiller für mich echt nicht freunde so ein mager ganz magere ausbeute bei der ganzen scheiße die ja was wir sind das sind kann das ist ein bisschen farbe wo wo sind wir hier das ist es ist das ein trocken doch oder so es gibt ja bestimmt ein paar böse buben okay wie viele sieben bitte flug kommen wir zu schildern der guckst du an kollegen du brauchst nicht großer die fragen dass eine ganze menge scheiße abgelaufen wurde sowas nur auf pinke ein bisschen spinning oder so ein bisschen laufen ein bisschen steppen und hast du nicht gesehen müssen die muckis trainieren alles an vom aller na ja die helfen schon max vertrauen mir das ist ich weiß ich kenne dich besser als du dich selbst kennst mein freund so okay hier sonst nix na gut dann gehen wir da raus da müssen wir jetzt hin komm ich da irgendwo rum da komm ich da irgendwo hoch komm ich in die türe scheint nicht so aber sind wir hier freunde na gut dann gehen wir zickzack durch so auch bitte sehr kommen hier irgendwo weiter wo das unsere ist unsere uhr die das ist unsere uhr wo kommen jetzt rein hier verdammte scheiße ich wollte das nicht kaputt machen wo muss ich jetzt hin freunde wo muss ich jetzt hin wir gehen jetzt mal hierhin und verschaffen uns mal überblick über die lage so okay ich glaube ich muss irgendwie hoch aber ich weiß nicht wieder hochkomme und was ist das hier vor allem what is that okay kommt denn hier ich muss doch hier irgendwo weiter da vielleicht komme ich hier die knarre finde ich übrigens cool und alles blutig hier so freunde was ist es machen bulletin 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 yeah yeah ja 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 ganz ruhig dich ducken ne das sind doch ein paar mehr als ich dachte so in den ersten haben wir gerne penkeler nehmen der lebt immer noch was bist du für ein sehr unglaublich ich würde noch einschreien ja das sah gut aus putter hast du gerade putter gesagt alter mit einer schönen brille das ist was haben die da für komische armbändchen dran so passen auf penkeler penkeler ja du machst aber eine schöne kerze ja das ist aber das ist ja also bitte ich bitte dich die zeitung untersuchen klar war das bann besuchen hallo hatte ich nicht gerade waren oder so dass irgendwie das ist nicht verstehen tenkiller keine pinkler ich habe da kein jemand und das suche nicht habe ich das kollege das ist ein bisschen mehr mühe geben können ein kollege wie schön der hier sich aufgestellt hat das ist doch vom allerfeinsten zeitung haben wir schon okay ja das auf jeden fall amtlich ein bisschen moni sohn ja kein penkeler wollte ich bin schwer entrüsteten es gibt keine penkeler gibt es ein lichtschalter okay dann würde ich sagen gehen wir jetzt durch durch okay dann habe ich mich vertraut dass sie tut mir leid dass jetzt erst mal schönes filmchen gucken ja es ist alles ein bisschen tragisch moment was soll die zeitung aber schnell was von wand untersuchen wir gehen mal rein waren wir hier schon gepinkelt haben in der letzten folge glaube ich keine penkeler keine penkeler nach ist das tragisch hier komme ich nicht raus der data ok wo komme ich jetzt her komme ich da raus muss ich jetzt hin freunde aber schöne kabinen hier stimmt so leben ich meine ist das hier internet passt untersuchen ok bernstein daphne olivier passwort und so weiter was was war das das was der pass ok genau ein paar sachen die sind einfach eine elementar wortzen eine gitarre ich möchte gerne gitarre spielen wo sind wir denn jetzt hier wohl eigentlich okay da kommen wir jetzt mal nicht weiter wo kam der her was haben wir da ich wollte gerade den schmuck bewundern du alter penner erschrickst mich so wir gucken mal so rein ja netten ja okay nimm mal mit das scheint alles eine ziemlich reiche bagages zu sein insofern aber weiter kommen wir ja auch nicht wissen was haben die hier gemacht haben die gewartet haben die geschissen oder was geduscht okay der haltungsreifen ist neu und jetzt und jetzt ja als ich gedacht du auch nicht sonst so einer sonst so einer ach du scheiße ich glaube so ein bisschen bulletin machen sonst haben gar keine schnitte wo kommst du ja kleine blinder passagier das ist unglaublich ich glaube wir brauchen wir noch ein bisschen bulletin wo ist noch einer wo ist noch einer wo ist noch eine freunde so und jetzt mal ganz kurz noch ja komm nix war schon schlimmeres gesehen also insofern holen wir nicht rum hier ja wir sind ein bisschen brötchen gebacken worden weißes mehl und dann gehen wir mal pink da danke der fernseher ist kaputt so hier sehr ganz kaputt kommen wir raus hier kommen wir nicht raus schluss und jetzt mal nachladen 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 was haben wir das müssen für sich reichen hatte manchmal die ganz kurz nachladen so dann aber auf die zurück wechseln denn die finde ich echt geil immer hast du ein bisschen money für mich aber wo sind wir jetzt hier vorne dann müssen wir hin wo müssen wir hin wo müssen wir hin dass ich ein paar enthaken als alter pirat das alter geibra striefe ich bin der könig der welt ja ok aber wo muss ich jetzt hin ne von da komme ich oder ja aber da ist eine brücke wir müssen da irgendwie hoch kommen aber wie komme ich da hoch Freunde wie komme ich da hoch Freunde wie komme ich da hoch wir müssen irgendwie durchgehen oder nicht ne durchgehen durchgehen ja das sieht gut aus das sieht gut aus was ist denn das jetzt hier für eine dumme scheiße na das ist gut das ist sehr gut ok ok ich liebe bulletin ok schnell nachladen max nachladen nachladen ok den den hufschrauber kriege ich von hier nicht aber was war ich denn mit der ganzen money wie ich habe keine money mehr Freunde wo soll ich denn jetzt hin ohne money klavier spielen man müsste klavier spielen ja das will ich jetzt machen so viel zeit muss sein liebe leute ne das muss einfach sein bim bam bum 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 genau ne Titanic ne ich bin da oh ein pain killer ey wie geil nur wir haben keine money mehr jetzt haben wir voll mit pain killer aber keine money mehr ne und wenn auch voll sind ist nur eine zeit ne liebe leute ich sage mal vielen vielen dank für's so schon ne wir haben schön klavier gespielt wir haben einiges abgerockt und mal gucken wie das hier so weiter geht liebe leute ich sage vielen dank und in diesem sinne ab in renne freunde halte dich wager ciao ciao sagt euer spkent 45 Witzig.